So, wir probieren uns heute mal durch die gesamte Weltkarte auf dem internationalen Markt und wir starten mit Langosch. Das kommt aus Ungarn und ist ein Teiggericht mit Sauram und Käse und das versuchen wir jetzt mal als erstes. Ich probiere hier jetzt gerade Pakora. Das ist aus Nepal und das sind verschiedene Gemüsesorten im Teichmantel und dann fritiert. Das ist richtig, der Garten. Angenehm scharf, aber das kann man richtig gut essen. Ich probiere den Krokodilburger vom Wanderstand, also aus Afrika und ich habe noch nie Krokodilzeit gegessen. Ich hoffe, es schmeckt. Und jetzt probiere ich. Sehr würzig, mild, nicht zu scharf, ganz lecker. Also ich gönne mir jetzt ein leckeres Chili von originalen McDonald's. Probier ich mal. Auf jeden Fall sehr tomatig und ein bisschen schärfe ist mit bei. Ja, schmeckt sehr gut. Ja, schmeckt sehr gut. Ja, schmeckt sehr gut.